So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es ist ein Wunschvideo. Und wovon? Natürlich von das brandneue und aktuelle Mickey Mouse Magazin Nummer 18. Für rund 4 Euro. Zum 70. Geburtstag. Mickey Mouse Taschenbuch. Exklusiv. Donalds Feier. Sonderausgabe. Ein Taschenbuch ist dabei. Das war's. Das ganze 4 Euro. Ja, der eine findet das gut, weil da mal wieder ein Taschenbuch bei ist. Man kriegt ein Magazin und ein Taschenbuch. Insgesamt für 4 Euro. Dann noch ein exklusives. Und der andere eben nicht. Aber nichtsdestotrotz präsentiere ich euch das und kann euch nichts zu sagen. Weil ihr seht es selber. Ich packe es gerade erst aus. Aber derjenige, der dieses Magazin schon geholt hat mit das Taschenbuch, schreibt es mir natürlich und vor allen Dingen für alle anderen in die Kommentare, wie es ist, was, ob sich das lohnt und, und, und. Und ihr seht schon, das Cover ist goldig. Cool gemacht. Gold, seht ihr richtig cool. Glitzerhaft. Also blittern wir jetzt mal drinnen rum. In das brandneue aktuelle Mickey Mouse 70. Magazin. Also Mickey Mouse Magazin Nummer 18 zum 70. Geburtstag. Hier Merging Dising. Was man so kaufen kann. Muss man das haben. So, und dann fängt es natürlich an. Spampkopp. Mickey Mouse. Uhrzeitkrebs. Die kenne ich noch von ganz früher. Richtig coole Sache. Damals sind Ypswani drin gewesen, wo ich sie noch erkenne. Und dann natürlich, ihr seht es, ist die Comic Beilage. Wie gesagt, ich kann dazu absolut nichts sagen. Merging Dising. Comic. Merging Dising. Ein anderes Comic mit Dagoberts. Düsentrieb. Da ist bei Mickey Mouse zum 70. Hey. Dann wieder ein Comic. Hier. Das ist so ein dickes Magazin. Comic. Das Beste von 1951 bis 2021. 21. Könnt ihr kaufen. Dann hier Mickey Mouse. Dann hier ist wieder das Cover vorne drauf. Jumbo Ambo. Könnt ihr euch bestellen. Wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe es gerade ausgepackt, wie es ist. Spannend. Lustig. All das müsst ihr schreiben, die das natürlich schon durch haben. Wie gesagt, ich kann euch das nur zeigen, wofür ihr euer Geld ausgeben könnt. 47, 49, 49 Seiten. Die 50. Seht ihr das so. Dann ist Schluss. Das ist also das brandneue und aktuelle Mickey Mouse Magazin Nummer 18 zum 70. Geburtstag. Für rund 4 Euro. Ich kriege das Magazin und das exklusive Taschenbuch. Donalds Feier. Und da blittern wir jetzt auch mal so ein bisschen drinnen rum. Ah. Oh. Meditation. Ab einem gewissen Alter. Ja. Scherz beiseite. Hier seht ihr jetzt die Geschichten. Der ein oder andere interessiert sich einfach dran, was da so drin ist. So. Wie gesagt, auch hier giltet, ich kenne es nicht. Müsst ihr schreiben. So. Die erste Geschichte scheint etwas spannend zu sein. Aufregend. Tick, tack, trick. Alles klar. Wer meditiert. Action beladen. Naja. Ist jetzt noch nicht so wirklich, was ich so sehe. Oh. Kettensehe. Gruselig. So. Schlimmer Durchlauf. Und wie gesagt, das exklusive Taschenbuch hat 146 Seiten. Keine Nummer. Kein Preis. Kein nichts. Weil es exklusiv dabei ist. Sonderausgabe. Exklusiv. Donalds Feier. Und wie gesagt, dieses Kompolut müsst ihr jetzt alles drüber schreiben. Wie ihr es findet. Was ihr davon haltet. Wer es hat. Wie es ist. Spannend. Weniger spannend. Lustig. Und so weiter. Ihr wisst das ja. Weil. Ist es ein Wunschvideo. Gerade ausgepackt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Ich versuche natürlich irgendetwas von Mickey Mouse unter dem Video zu verlinken. Sicher. Bequem. Auf jeden Fall. Günstiger vielleicht auch. Vielleicht finde ich auch Tiere von Mickey Mouse. Und Donalds. Also. Lass dich überraschen, was von dem Link ich drunter gepackt habe. Aber nichtsdestotrotz ist mir jetzt wichtig, für mich und alle anderen, eure Kommentare, Kommentare, Kommentare und Meinung. Und das aller Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guck hin. Und scheut zu.